Wieso bist du so schlecht? Nackt vortut's? Ich hoffe doch Ihr bist schon deaf Herzlich willkommen zum versprochenen together to new Super Luigi U und ich möchte noch einmal betonen dass ich wieder no glasses habe ihr seht es ja also keine Brille und nein ich habe mir leider auch immer noch keine Kontaktlinsen besorgt ich wollte es machen Das ist der Justin der hat noch sein Etikett Es ist kein Justin Es ist kein Justin Wieso bist du so schlecht? Wo ist denn der andere? Ja und trotzdem ist es die Mutter Es würde gar nicht gehen Wieso? Warum sollte es nicht gehen dass ein Joschi und ein Toad ein Kind haben Ja hallo das geht genetisch gar nicht Ein Mensch kann sich auch nicht mit einem Affen fahren Also hattest du keine Biologie oder Genetik oder sowas in der Art Es ist ein Pilz und ein Dinosaurier Aber ein lebender Pilz Trauma Ob du ein Trauma hast? Ich hatte noch nie wegen einem Spiel einen Traum Ich schon Bist du bescheuert? Was habe ich denn gemacht? Frag dich so blöd du weißt es genau Du hast wie von der Stange runter gestampft Ja das war keine Absicht Ja wenn ich eine Stange sehe muss ich sofort rauf Komm halt her Nein lass mich los Ich mach doch gar nichts Mann bist du doof Ich hätte doch nichts gemacht Wieso hast du mich umgebracht? Ja ich Was? Du bist doch aus dem Maul raus Ich hätte dich nur transportiert Warum hast du nichts gemacht? Ich habe meine Dienste angeboten Deine Dienste? Ja nicht falsch verstehen Ja die bringen sie immer Obwohl die kann ich durchaus auch anbieten Ja aber die bringst nicht Doch Nein Oh ein Pinguin Ja Oink oink Nein die machen ja auch nicht Die machen doch nicht oink Was denn geiler Ja Irgendwie so Was sind für dich denn bitteschön Pinguine? Die machen doch Kikkiliki Die machen doch nicht Kikkiliki Ja klar Kikkiliki Und Mu auch Ja Ja Schlaft gehört Verarschen kannst du dich selbst Domi was schätzt du wie viele extra Versuche braucht Juli? Ich habe ja gar nicht gesagt wie viel ich geschätzt hätte Ne Ich denke Es werden 20 Wow Komm raus Ich brauch dich Nein ich brauch nur den Pilz Ich bin kein Frauenschläger Ich bin wirklich kein Frauenschläger Aber ich bin kurz davor Das ist geil Ja grad noch so geschafft Haha Voll der Akt Das war voll knapp Ja das wäre die Zeit abgelaufen Mensch Voll schwer Ja das war von krass Ja Adrenalin pur Das war die Lebensaufgabe schlechthin das zu erreichen Hey siehst du den geheimen Luigi? Nein Dann bist du genauso blöd wie ich Wo ist denn der? Wir passen gut zusammen Ey ich kann da jetzt mal Fanpost aufmachen Ich hab hier nämlich einen Brief Was hast du da? Ich glaube das sind Bilder da drin Nacktfotos? Ich hoffe doch Äh nein Hoffentlich nicht Ich brauche so etwas nicht mehr Wie soll das heißen? Oh cool Ein Pixel Donkey Kong Ja egal Der Rest ist ähm Ja Private Ja das muss ich mir genauer anschauen Der Rest ist ein bisschen was anderes So weiter geht's So weiter geht's Ah Ah Ebel schadet Ey kann man so sterben ey Ich würde dich ja die Level alleine machen lassen Wenn ich nicht wüsste dass du es eh keine zwei Sekunden schaffst Aber nicht Mensch du bist so gemein Wollen wir es ausprobieren? Ja ich bin jetzt klein das ist was anderes Wie viele Sekunden waren es? Wie viele Sekunden? Das waren diese Steinblöcke Ich weiß es nicht Das waren diese Steinblöcke Ob wir es mit einem Versuch schaffen? Wir sind jetzt nach der Werbung Dir fehlt etwas Wie diesem Tod? Dann werde jetzt tot aufs Kanal Mitglied Und wenn du zu viel Geld hast Kannst du dich für 4 Euro und 99 Cent noch in die Endcard kaufen Oh zum Glück Und schon hast du's verkackt Naja dann mach ich das halt Stell dir vor du müsstest die alleine durchspielen Wie viele Parts hätte das? Fick dich Let's play New Super Luigi U Star World Par 1563 Wir haben das zweite Level geschafft Hallo Leute Yeah wir sind einen Schritt weiter Ich vergesse halt leider immer wieder dass ich mit meiner Mieze spiele Was soll das heißen? Okay wir hoffen dass euch dieses Face Palm und Lach zugeber auch irgendwie gefallen hat Das war's mit New Super Luigi U die Party zwei 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 Bis zum nächsten Mal.